Und wenn du sagst, pasa los! Und wenn du sagst du sagst, Flammeln! Feuertanz, das geht so, ja, guck mal, und... Feuertanz, Feuertanz, Feuertanz! 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 Feuertanz, 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 Feuert Ich bin froh, dass Gott mich allein lässt. Das Camp, was ihr erlebt habt, was ihr gehört habt und natürlich auch mit Bitte, weil ihr vielleicht irgendetwas gebetet habt. Das Camp, was ihr wollt habt, was ihr wollt habt. Das Camp, was ihr wollt habt, was ihr wollt habt. Ich danke dir für die Menschen, die dieses Camp ermöglicht und organisiert haben. Und ich danke dir für die Sonne heute Morgen. Wir bitten dich, dass nachher alle gut und ohne Unfall nach Hause kommen. Lehre uns Verantwortung für unsere Umwelt. Und wir bitten dich um die geistige Freiheit für Jugendliche, dass sie sich entfalten können mit dem, was sie in sich tragen. Ich dachte, als ich so hier war, es wäre eigentlich auch eine Möglichkeit, vielleicht nochmal Spenden einzuwerben, dass noch mehr ermöglicht wird und in jedem Fall zu gucken, dass das wirklich jetzt alle zwei Jahre weiterhin stattfinden kann. Ja, 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 ja. Es wird nochmal heiß hier. Seid ihr dabei? Feuer und Flamme. Das letzte Mal. Heiß. 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 Feuer und Flamme. 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 Ein Funkel reicht bei dir. Du rittst ein Feuer in mir und gibst mich auch nicht auf. Wenn ich auf Sprauflangen reinge, fällt mir die Zuversicht. Und fährst du Hoffnung für mich, wenn mich die Fragen quälen. Ich finde es neue Ideen.